ja jo leute was geht ab der polnach hat sich willkommen zurück zu einer weiteren folge halo kampf um die zukunft hier es ist es nicht hier stehen ich sehe schon jemand da ich hoffe das sind nicht die gs weil die gs haben letztens unsere mannschaft das unsichtbar der ist unsichtbar nein das unsichtbar der ist da reingelaufen der steht hier ich hab's im murin dort ist es roger der ist an der tür ich weiß es direkt zwei mitglieder da und super geil mit ab direkt ausgezeichnet aber geil leute läuft habe ich jetzt unsere ich glaube ich habe unsere gefühlt war die ja mann zum glück nicht ich hab schon gedacht ich gehe rein k k k k k k wir helfen dir ja super ich bin auch verbunden wie war es zum das zum oh nein ach so wir sind jetzt zum nächsten Stopp ja wow hey oh nein oh nein und schon sind alle wieder down und ich bin wieder alleine supergeil 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 ich finde das so hammerhart und cool ey wieso verrecken die alle ey meine Fresse das hat mich schon wieder ab dass sie alle verrecken und ich wieder alleine da stehe ich gehe dahin äh erstens unsere Fuzzis doch ich habe unseren Fuzzi umgebracht krass das ist aus Versehen ey das war das war nice das war nice der ist schön in die Luft gegangen oh ja der ist down das war das war das war das war ich bin schön dich kennenzulernen schön dich kennenzulernen so 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 du hattest mich mal ja ich dachte hier muss ich auch noch mal war das nicht so das sieht wie die kommando zentrale des schiffs aus das signal des kettens ist stark er muss in der nähe sein was du nicht sagst ja wohin wohin soll ich gehen jetzt was ist da was ich soll hier hin was ist da was ist da was ist da was ist das was ist das was ist das was ist da cool was ist da was ist da So So Einer down Einer Hey Ihr solltet gut aufpassen Hier sind noch zwei unsichtbare Pfosten Einer habe ich richtig hart angehüttet Uiuiui Da ist der eine Da sind beide Was ist das? Na einmal wieder ein paar Marines Guck mal ich habe das alles alleine gecleat Junge Schön dich zu sehen Mann Hierher zu kommen war leichtsinnig Sie beide sollten das besser wissen Danke Yeah Marines Waffen laden und sichern Marschbereitschaft herstellen Ja Okay Während die Allianz uns hier festgehalten hat Habe ich mitbekommen wie sich die Waffen über die Ringwelt unterhalten haben Sie nennen sie Halo Ein Moment Sir Schalte mich in das Netz der Allianz ein Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung Wenn ich das richtig verstehe halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft Und damit geht die Story richtig los Dann ist es wahr Sie haben dauernd gesagt dass der der über Halo herrscht das Schicksal des Universums in den Händen hat Jetzt verstehe ich Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht Ich dachte sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo Das sind schlechte Nachrichten Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt Werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen Marines, gehen wir Ja Sir Chief, Sie führen Wir sollten zurück zum Hangar und ein Ewag anfordern Joa machen wir dann Schaffen wir schon Ah, schon wieder treuend, ich war noch Ah, schon wieder Nicht schieb den Feuerschatz Ich sehe dich hinten Pass zum Ah Oh Nein Ohne den Käpt'n hat die Allianz Wow Er ist größer als ich dachte Ohne den Käpt'n hat die Allianz Meine Schur Ohne den Käpt'n hat Und gleich nochmal Und gleich nochmal Läuft bei dir Ach, genau, siehst du hier Ich hab doch gesehen, hier irgendwo war es so ein Millikit gewesen, oder? Irgendwo hier lag das doch Ich will mich nicht öffnen. Nee, okay. Also kein Mediket für den Polen. Doch. Ich hab gesagt. Irgendwo hier war das doch. So, dann würde ich sagen, geht's los, wa? Ich hab sie! Gebt mir Feuerschutz! Und los! Bist du down? Du bist down. Gute Arbeit! Ja, danke, danke. So, ich weiß nicht, da müssen wir nicht, ne? Nee, nee. Ja, was ist denn hier? Nö, nö, nö. Oh, ja, ich bin dran! Keine Absicht! Ich wusste gar nicht, dass diese Dinger fliegen! Wir haben's denen gezeigt! Wir fliegen, wir fliegen! Gute Arbeit! Wir sind, äh, wir fliegen, wir fliegen. Oh! Hallo! So, nachladen. Immer schön nachladen, ne? Bleib ruhig liegen! Ja, gönn dir, ne? Gönn dir. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nix. Also, gönn dir. So, eigentlich bin ich jetzt falsch gelaufen. Aber theoretisch eigentlich ja nicht, ne? Ja, super, wieso? Oh! 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 Mädels! Mädels, 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 Mädels! Einer down! Ja! Geschafft! Cortana an Echo 419! Wir haben den Käpt'n und müssen sofort hier raus! Negativ, Cortana! Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen! Kann sie mir kaum vom Leib halten! Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt! Tut mir leid! Verstanden, Foehammer! Cortana, Ende! Luftunterstützung ist abgeschnitten, Käpt'n! Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt! Oh, Mann! Wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert! Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen! Sie sind ein Marine! Echt, ey! Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen! Ja, Käpt'n! Da! Ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist! Achso! Was zum... Ah! Entschuldigung! Mist! Ah! Hats auf oder entschuldigung! Ah! 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 Nein! Ich glaube, ich mach' einen Konter hier an! Ohne den Käpt'n hat die Allianz schon... Mal ganz ehrlich, so oft wie der Stück, der ich glaub's nicht, ey! Wieso laufen die denn nicht hinterher? Ja, komm' beide auf einmal! Nein, Alter! Lieber noch nicht! Geschafft! Ah! Ah! Wieso? Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Bla, 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 bla. Da ist noch keiner! Ich hab sie! Los geht's! Ist das alles, was du drauf hast? Schau, wie sie raten! So muss das! Was zum... Fertig, das Landungsschiff ist bereit. Okay, Leute, gehen wir an Bord. Ja. Können dir. Brauchen noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffsteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Festhalten! Sehr nett, Sir! Zeit, ein paar Rechnungen zu begleichen. Ja, und ähm... Mit diesem schönen Ausblick hier beende ich die Folge, wirklich. Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Wir nähern uns der EZ. Das wird brenzlig. Nach der Landung, raus und ran! Landung! Hopp rein, Marines! Los, los, los! Ja, ähm, hier beende ich mal die Folge und ich würde sagen, wenn es euch gefallen, lasst du ein Lektar, wenn ich dann nicht, dass ihr euren Channel aus All Run bis zum nächsten Mal. Falls noch ne Folge kommt, macht das jüt und ciao, ciao!